Herzlich Willkommen zu unserem Sensationsstück mit Kommando Elefant. Wir kommen jetzt aber immer darum, dass was drinnen ist oder nicht drinnen ist. Die Vorstellung, dass wir interessant sein, liegt auf der Hand. Ich würde sagen, gehen wir zuerst einmal nur auf die andere Seite, damit wir das auch erleben. Ich würde sagen, gehen wir zuerst einmal auf die andere Seite, damit wir das auch erleben. Ich würde sagen, gehen wir zuerst einmal auf die andere Seite, damit wir das auch erleben. Ich bin sehr beängstig. Also mich erinnert, dass wir einen Holmgott aufhaben. Da sind wir beim Thema des Mutten da. Aber das ist alles sehr leidend und sehr gezwungen. Also gerade diesen Menschenhaufen. Wir stellen diesen Vormittag unter die Frage, was jetzt kommt. Ich weiße, das Bier ist warm. Die Musik ist schlecht und jedes Mädchen hat den Freund im Arm. Doch dort drüben steht ein alter Mann. Wie nicht abgeholt seit über 100 Jahren. Wir kommen ins Gespräch. Ich frag ihn, wie er heißt. Noch bevor er antwortet, weiß ich es bereits. Denn das ist Wittgenstein, das alte Haus. Er meinte, er müsste auch mal wieder vor die Hauste raus. Das war die Nacht, in der mir Wildkünste sagte, dass die Welt so nicht existiert. Das war die Nacht, in der mich Wildkünste fragte. Nach meiner Lebensphilosophie. sag hab ich dir! Kann ich sagen, das was schön wäre so umsatzgefallen! Vielen Dank.